Er ruhe in ewigem Frieden. Oder endlich hat er seinen Frieden gefunden. Doch das schrieben jeweils immer die Leute drauf, die noch lebten. Als die Lebenden schrieben das den Menschen drauf, die verstorben sind. Und kein Toter hat gesagt, schreib mir das dann noch drauf. Das bedeutet für mich, in einem so mystischen Moment wie der Tod, fast alle draufschreiben, er ruhe in ewigem Frieden, bedeutet für mich, dass der innerlichste, sehnlichste Wunsch von der gesamten Menschheit dieser innere Friede ist. Also, warum wartest du, dass du dann tot bist und der Friede da ist? Nein, der innere Frieden ist bereits da. Also, komm mit mit mir auf diese Reise. Schauen wir uns an, wo der innere Frieden ist und von wem er gestört wird. Schaut tief in euch hinein, denn der innere Frieden ist bereits da. Doch wenn er gestört wird, dann ist es von unserem Verstand her. Er mischt sich permanent in unseren Innenfrieden ein. Denn er möchte immer etwas. Er will, er wünscht, er hat Ziele. Er hat viele Geschichten auf seiner Vergangenheit zu bewältigen. Immer wieder, das sind Programme, die in unserem Unterbewusstsein laufen. Das heisst, viele Geschichten, und das Wort selbst heisst geschichtet. Also, der innere Frieden ist bei jedem da, hier und jetzt. Vielleicht zugedeckt mit vielen Geschichten aus unserer Vergangenheit. Also, wenn du diese Geschichten anschaust, entdeckst und abdeckst, dann kommst du dem inneren Frieden, der bereits da ist, immer näher. Also, warte nicht auf den Tod oder auf das Jenseits oder was auch immer das Paradies ist, bis der innere Frieden dann kommt oder der ewige Frieden dich dann einholt, denn er ist bereits da. Also, worauf wartest du? Gut, schauen wir das Thema uns noch ein bisschen tiefer an. Der innere Frieden sucht jeder von uns. Zu Beginn, als ich klein war, hatte ich ihn. Jedes Kind hat ihn. Frieden, Glückseligkeit, voller Lebensfreude. Und Glückseligkeit und Frieden, innerer Frieden, heisst nicht, dass man nicht wütend sein kann. Dass man nicht tobend durch das Einkaufszentrum gehen kann, wie ein kleines Kind stampft, weil es den Kaugummi nicht bekommen hat. Nein, es heisst nur, dass es im nächsten Moment, wenn es vorbei ist, ist es weg. Dann ist der innere Friede schon wieder da. Es ist ein kurzer Moment beim Kind, wo es aus dem Frieden rausgeht und wieder reinkommt, obwohl er nie raus war und nie reinkam. Jedoch, bei uns, wie sieht es aus, wenn wir wütend werden, zum Beispiel auf einen Freund, eine Bekannte, jemand Fremdes? Wie lange ist die Wut da? In dem Moment, wo der Konflikt vorbei ist, sind wir dann wieder im inneren Frieden? Oder hadere ich mit mir und mit der Person noch die nächsten zwei, drei Wochen innerlich in mir weiter? Oder die nächsten Monate? Oder Jahre sogar? Und von diesen Geschichten haben wir viele. Viele Konflikte, die wir hatten, haben wir immer noch in uns drin. Die schlummern wie Programme im Unterbewusstsein. Von vielen wissen wir nicht einmal mehr, dass sie gibt. Aber sie stören permanent unseren inneren Frieden. Nun, wie kommen wir dazu, dass wir wieder dort eintauchen können? Indem du in dich eintauchst und dir bewusst wirst, wie du funktionierst. Wie diese Programme, die du selbst kreiert hast, bewusst oder unbewusst laufen. Und du musst nichts willentlich umsetzen. Du musst nicht schauen, jetzt mache ich das oder so oder hier. Sondern die Bereitschaft, in dich hineinzuschauen. Hier und jetzt. Um zu schauen, wer stört meinen inneren Frieden. Und einfach hinschauen. Und nicht die ganze Zeit warten, dass die Weltkriege da draussen aufhören. Oder in Syrien der Krieg aufhört. Oder in verschiedenen Ländern in Afrika. Oder wo auch immer Krieg herrscht im Moment. Warte nicht auf den Weltfrieden. Mache Frieden mit dir selbst. Weil solange du wartest, machst du nichts bei dir. Und das Naheliegendste, das du machen kannst, ist Frieden schliessen mit dir selbst. Indem du in dich hineinkehrst. Und diese Themen mal anschaust. Du musst nichts dran machen. Schon das Hineinschauen und Hinschauen zeigt dir dann oft, was da abläuft. Und irgendwann durchschaust du diese Spiele von dir selbst. Und wenn du sie durchschaust, dann passiert folgendes. Du schaust tief in deinen Schatten hinein. Und du musst am Schatten nichts machen. Weil wenn du am Schatten was machst, was machst du? Du kämpfst gegen ihn. Oder du schürst ihn noch. Lass den Schatten Schatten sein. Durchschaue ihn. Durchleuchte ihn. Und er ist weg. Wenn Licht kommt, weicht Schatten. Wenn Schatten weg ist, ist alles weg. Du bist frei. Der innere Frieden ist da. Permanent. Er ist höchstens zugedeckt. Du machst nichts an deinen Programmen, nichts an deinen Mustern und nichts an deinem Schatten. Sondern schau hin, wie dieses alles funktioniert. Wie du diese selber alle kreiert hast. Und durch das Hinschauen, Durchschauen, erlöst du sie alle. Versuche sie nicht zu heilen, sie aufzulösen, die Geschichten, mit diesen Geschichten dich zu versöhnen oder sonst etwas zu machen. Weil sonst schürst du sie immer wieder. Es ist wie eine offene Wunde. Und immer hast du den Finger drin und bohrst herum. Lass die Wunde Wunde sein. Desinfiziere sie, mach ein Pflaster drauf und lass sie heilen. Sei wach bei dir selbst. Schau bei dir. Nicht bei den Konflikten in der Welt. Die mögen schön sein oder auch nicht. Urteile nicht darüber. Du hast vielleicht Konflikte mit deiner Partnerin, mit deinem Nachbarn, mit deinem Land. Dann löse die Konflikte in dir selbst und werde frei an und füssig von dir selbst. Weil normalerweise stehst du dir selbst im Weg. Der innere Frieden ist permanent da. Doch ich renne von ihm weg. Ich will so viel. Ich habe so viele Ziele und Wünsche und Träume und muss noch. Ja, wie will der innere Frieden da sein, wenn du so viele Sachen, so viele Beschäftigungen hast? Die grösste Beschäftigung mit dir selbst. Wie kann da Ruhe sein? Frieden sein. Denn solange du tust und dich beschäftigst und mit dieser Vergangenheit dich bewältigst und mit diesen Konflikten und, und, und. Und solange ist der Frieden nicht da, obwohl er da ist, jedoch nicht wahrnehmbar. Und diese Stille und dieser innere Frieden findest du auch im Wald. Geh mal in den Wald und schau und höre und horche. Da hörst du Vögel zwitschern, du hörst den Bach plätschern, den Wind in den Blättern und trotzdem fühlst du eine Stille, eine Ruhe, ein Frieden. Denn Frieden, Ruhe und Stille heisst nicht, dass es draussen still sein muss. Nein, es können auch Geräusche sein. Es kann auch sein, dass du willentlich und vollkommen im Leben stehst, mit Familie, mit Kindern, mit einem Beruf. Und doch ist der innere Frieden permanent bewusst da. Wie ein Hurricane. Eines der schönsten, spannendsten, gewaltvollsten Phänomene, die ich kenne. Ein Hurricane hat enorme Kräfte. Riesengross kann ein Hurricane sein und in der Mitte ist es still. Genau das bist du selbst. Die Mitte, die Stille. Doch wir begeben uns oft hinaus und immer weiter hinaus. Und was passiert da? Es dreht einem ganz schnell herum. Es wird einem trümlig und man weiss nicht mehr, wo man steht. Also kehre zurück in dich hinein, wo die Stille und der Frieden permanent da ist. Entdecke es in dir. Schau dir das an. Denn der Frieden ist jetzt da. Warte nicht auf ihn. Denn er wird nie kommen. Weil wenn du ihn suchst, rennst du immer von ihm weg. oder ihm entgegen und er rennt dir hinterher. Also, bleib stehen, dreh dich um und nimm ihn in die Arme. Geniess es. Der Frieden ist da. Drehender ist da. Ich bin specialist. Drehendung. Ich bin nehimiz. Ich bin nehri. Ich bin heif. Und aufahe. Ich bin vielleicht. Ich bin isicia Marvin, sagt sieissance über哪裡utter. Ich bin 955. Ich bin med corona. Vielen Dank.